Musik 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 Aua Ja, total witzig. Guck mal, der Behinderte tut sich weh. Nun Das ist ja so witzig! Ich glaub, dass Zwarraus jetzt zutrollert. Jetzt verarschen?! Das ist übrigens der Vater von Herrn Fischer. Der ist genauso alt wie der Fischer, oder wie? Oh, fünf Jahre älter. Der ist noch ein bisschen älter. Wer ist der, du? Keine Ahnung. Den haben wir aufgegabelt. Der ist einfach mal dabei heute. Ja, hallo. Wie bist du? Ich bin der Fatih. Fatih, der hat Mutti zu Hause gelassen. Kein Problem, schreib mir irgendwann eine Nachricht. Schreib vor allem Fatih. Ok, ich danke dir sehr. Kein Problem, oh Mann. Geh ich dann jetzt zu euch? Hahaha. No. Geh doch. Funktioniert doch super, ha? Ja, aber ich nicht. Aua. Ach. Stell dich so an. Hahaha. 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 Ola Kuba. Ola, hier ist der automatische Anrufmechanismus von den Kuba. Der Rückfahrt mit dem Mitsubishi Lancer Evo verzögert sich um ein paar Minuten, denn es hat Komplikationen gegeben. Bitte teilen Sie den Person mit in diesem Wagenkohort. Vielen Dank. Hä? Ey Kuba, letztens, was heißt letztens, gestern? Hä, ich bin so verpeilt. Holy shit. Ach. Ach. Ach-ch. Gehts dir gut? Ola, hier ist der automatische Anrufbehandlung von Kuba, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Piep! Ola Kuba, pass mal auf, du brauchst glaube ich einen Schlüssel dafür, meld dich bei mir, falls ich dir helfen kann, du Pendero. Hab ich schon, ich hab das schon, ne, da war ganz schief und alles. So oder was? Ja, das hab ich schon. Das war gerade, jetzt ist es auch wieder gerade, jetzt ist es wieder schief, geh deine Brille putzen. Jetzt ist es wieder gerade, jetzt ist es wieder schief und jetzt ist es wieder gerade. Das können wir nicht so oft machen. Also ich seh das genau andersrum, warte, lass mich das nochmal machen. Ich seh das immer an, warte, so jetzt ist es wieder gerade. Ich find das jetzt nicht schief und wenn ich jetzt wieder drücke, also wenn ich so jetzt drücke, jetzt ist es gerade. Jimmy? Hat jemand? Ich hab einen Pistoll dabei, ja? Ich hab einen Pistoll dabei. Ja, okay. Ich geb ihm schnell die Spritze, bitte. Mach mal. Obwohl, du hast recht, das ist doch schief. Warte mal, ich mach's wieder gerade. Ach du Scheiße. So. Was zum. So, ich kann sich nochmal Leute desinfizieren. So. Ups. Oh fuck. Helfer. 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 Wir sind im Arsch. Okay, wir mussten springen. Ich meld mich. Ich. Wir müssen abhauen. Wir fliehen. Das ist aber Vagos. Hallo, meine Papi. LSPD. Auf dem Boden. Du kannst mich mal, Pendero. Es wär jetzt unklug, wenn ihr springt. Na, das ist cool. Ja. Du kannst mich mal, Pendero. Ich. Au. Au. Autsch. Fuck, my life. Hola. Ula, amigos. Hola. Abend 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 Sie wollen euch ungern stoßen bei euren wie soll ich sagen bei euren stillen Arbeit und es tut mir leid dass Menschen hierher kommen und mit euch reden aber habt ihr vielleicht Leute in lila Anzügen gesehen? Lila? Nein Okay Das will ich nicht Okay gut dann Komm wir müssen weg, wir haben hier die Wortpen schon für heute aufgebracht Er hat recht Aber ich will nichts sagen Aber okay Dann sag einfach nichts Schauen Sie sich mal neue Räder Sie fahren hier wie ein Chaot Hä wie fahre ich? Wie ein Chaot Was ist denn ein Chaot? Ja ein Chaot Jemand der verrückt fährt Ich war nicht verrückt Aber du fährst verrückt Weil du hast den Motorhaube auf und den Kofferraum Ja das ist... Der Kollege ist der Fahrer Ja dann muss der mal den Motorhaube und den Kofferraum zumachen Ja Und dann sag nicht ich war wie ein verrückter weil du fährst wie ein verrückter Keiner fährt hier wie ein verrückter Okay Hier fährt keiner wie ein verrückter Wir gehen jetzt wieder den getrennten Weg Ja Okay Wir haben uns nie gesehen Hey Ich weiß gar nicht wovon du redest Das sieht auch niemand Wunderbar Bis Jungs Bis nachher Alles klar Okay Auf rein Adios Auf rein Ähm Ja Ja Dann will ich schnell zum Apartment da fahren Und dann Uaah Auch da werden die ihr... Au 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 okay Hä? Sind die nicht schon gegangen? Was? Möchte ich's wissen? Loco wollte sich unbedingt nochmal bei dir entschuldigen, ne? Puhuhuhuhu Du kleiner Lackaffe, Mann Ja, Lack hab ich, ne? Der ist schön, oder? Ja, na, das geht nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, man. Sieht aus, als wärst du ein verfickter Azteker, man. Und du bist von der Post, oder was? Ich kann dir mal ein Paket bringen, du Idiot. Was ist das mit deinem Garage? Nein, nein. Rassenmeer. Aua. Ich hab dich umgemäht Steig gleich irgendwo aus. Und dann steig bei uns ein hinten links. Wir sind immer noch hinter dir. Sehr schön. Halt sie an! Anhalten! Seien sie stehen, oder wir öffnen das Feuer, Mann! Let's go, let's go. Jetzt spar dich doch mal! Ich mach's! Entspann dich doch mal! Guck mal, ich kann hochwert fahren! Hey, du hast angerufen! Du Idiot! Warte mal, bevor du irgendwas sagst, ich muss eben kurz ein Medipack kaufen. Eieieiei! Holy Shit! Okay, ich brauch dringend eins! Hey, wo ist mein Auto? Hä? Du bist nicht so in den Gesprächigen, Frau, hä? Oder? Es ist schwierig mit dir in ein Gespräch zu kommen, wenn du nicht sprichst. Aber ey! Super Beine, hä? Vielleicht jetzt doch sprechen? Immer noch nicht, hä? Hm. Ja. So wird das nicht mit uns beiden. Mach's gut! Ich würd mich nicht wundern, wenn der Frosty da am Steuer sitzt. Oh! 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 Nimm diese... ...arme Seele bei dir auf und... ...keine Ahnung... ...mach mit ihm, was du willst. Beschütze die Vargos. Chico braucht ein neues Auto. Und gebt ihm ein neues Auto. Hinter dem Fahrersitz. Einfach hinter dem Fahrersitz. Kann sich jeder merken. Jeder Dummkopf kann sich das merken. Kamino kann das nicht. Ich seh doch nicht, wo das Lenkrad ist durch die Scheibe. Ist das denn ernst? Es ist schon wieder so weit. Warum hat Kamino nicht diese Mütze an? Warum? Kann hier nichts geben. Warum? Ich glaub, meine Taschen sind zu eng. Keine Tasche dran. Das kommt von den engen Lederhosen, hä? Ja, wahrscheinlich heiß ich jetzt Engi, oder was? Hahahaha Man sieht dich, du musst dich auch in den Busch legen, hä? Genau. Und jetzt? Da liegen wir in den Busch. Ja, Moment. Ich bin in den Busch. Jetzt bin ich an Jose. Ich bin in den Gruber. Jetzt in den Busch. Busch. Jose. Uba. Busch. Busch. Uba. Jose. Busch. 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 Hahahaha. Den sind uns vorbeigelaufen, glaub ich. Der hat uns nicht gesehen. Hahaha. Siehst du, wir sind mit der Busch, hä? Schön, wir sind mit dem Busch. Kuba. Busch. Jose. Ich würde dir so gerne deinen Schnubbi abreißen, Alter. Ich hab noch ein kleines Geschenk für dich. Hahahaha. Das war scheiße knapp. Holy shit. Oh. Okay, mein fucking Auto-Brennen, man. Huh. Hallo. Hasi, sag mal was. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Hahahaha. Oh, die Sanya, die sind ja gut drauf, wenn die noch gehen auf der Party. Oder? Hast du Lust auf dumme Sachen, die das Leben lustig machen? Von mir zum Justizdauer. Ich frag gar nicht, komm sofort. Kuba, hast du Schmerzmittel dabei? Äh... Si. Ja, mal bitte. No, nicht diese. Na, du hast noch Schmerzmittel gefragt. Si, aber das ist Kopfschmerz. Ich brauche ja so den Wundteil selber. Ach so, den hab ich nicht. Ach, Kopfschmerz. Ha. Jetzt hättest du... Jetzt brauch ich doch den Aspirin. Hahahaha. Ich hab den Aspirin gegeben. Du wolltest ihn nicht nehmen. Selbst schuld. Selbst schuld. Au. Wir sind die Affen Gang. Wir sind die Affen Gang. Ach, die Affen Gang. Wir kommen mit deinem Panzer, denn die Stadt muss brennen. Wir sind die Affen Gang. Let's go Tobi, freeze. Let's go Brickdance. Wo wir uns getroffen haben, am Pier oben. Wir mussten abhauen und dann sind sie mir hinterher gefahren. Die blauen? Die blauen? Die blauen, ja. Ich hab gesagt, die gelben sind alarmiert. Das hat schon gereicht. Und dann? Was haben sie gemacht? Ja, sie haben die Waffen zurückgesteckt und haben gesagt, wir müssen uns erstmal anhören, ob das eine Sache für uns ist, etc. Hahahaha. Facts.